jo was geht ab liebe leute hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von doom so weiter geht's ok das ist kein gutes zeichen was hier gerade passiert das ist kein gutes zeichen ich krieg die ganze scheiße hier nicht umsonst oh gott das geht zunächst nur im portal war oh yeah die party wird abgehen die party wird richtig anziehen ja das beginnt verpiss dich aber super geil ich habe dafür nichts mehr super ah fuck hinter mir vor mir nicht vor mir weg von mir hä ich sehe das immer wieder ich sehe das nicht was ist denn da komm her mutter fucker fuck what the fuck das beginnt immer noch oh hey das beginnt immer noch also bitte was boah bitte was ich fange an durch zu drühen fuck ja bin ich wieso da super geil leute ist ja super ach du scheiße super geil da komme ich gerade gar nicht erstmal hin nein du sollst doch nicht hoch gehen du sollst da hin wo das blaue ding ist ja da und du sollst ich habe keine chance ich habe keine chance whatsoever leck mich was 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 jetzt ich muss gucken wo ich hier weitere dinge finde auch hier kleine süßen kurz ein prozess mit dir holen lang prozess mit dir Ich brauche dafür meine Ghostbill an Oh fuck me Jesus Christ Fuck 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 alter was Die sterben beide einfach nicht Nimm doch die Rüstung Das ist vierfach Schaden Muss ich mir merken Könnte wichtig werden Fuck Das könnte irgendwann wichtig werden Das könnte glaube ich jetzt wichtig werden Lass mich hier rein Fuck fuck wo war der Wurde vierfach Schaden Fuck 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 Wo war der Shit das ist der kleine Das ist der kleine wirklich nicht Ich brauche für die kleinen was anderes Aber ich habe auch nicht mehr viel Und Bring mir doch am meisten was Oh fuck me Was ist das Oh fuck me Oh fuck Oh god Die Hölle ist los Mann Oh Ghost 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 Das ist Das ist Das ist Das ist Das kann nicht euer ernst sein Das ist doch nicht mehr normal was hier abgeht Alter es wird immer schwerer Ich kann bald nicht mehr machen Mir geht die Muni aus mir geht die Jesus Christ Fuck me Alter ich bin doch kein Pro Gamer Was ist denn hier los Alter Jesus fucking Christ Ey das ist Ey das ist Ey das ist schon zu übertrieben Ey ohne Flachs Mann Ey ich hätte mir das Spiel auf leicht stellen sollen Ey der hätte vielleicht Weniger Probleme gehabt Alter ist ja nicht mehr normal hier Alter nimmt schon immense Auszüge an Na gut super mach Alter was Was Little shit Oh Was für wo Alter Willst du auch heute irgendwann was Little shit ey Okay fuck me Fuck fuck up Ich sehe es doch einfach Mann Ich habe nur 40 Leben Ich habe nur 40 Leben Das sieht hier alles nicht gut aus gerade Ich sehe auf jeden Fall nicht grad so top aus was ich hier mache Oh fuck 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 Ja nicht ganz fuck Ich bin komplett maxed out Ich bin komplett maxed out Ach ist doch nicht euer ernst Ich bin komplett maxed out Ach ist doch nicht euer ernst Das ist ein mieses Stück Scheiße Das ist ein mieses Stück Scheiße Hier war doch gerade irgendwo Rüstung Oder bin ich blind Was ist das Einmal Zweimal Dreimal Viermal Ich muss nur sagen Ich stehe einfach Wieso bin ich wieder maxed out Das kann doch gar nicht sein Ich bin irgendwie ein wenig Ihnen leer Für mich Ich bin mir mal Ich bin ich 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 Das ist nicht euer ernst Ich bin ich Ich bin ich Ich bin ich jetzt ist hier gar kein mehr den hab ich gerade eben gebraucht diesen kleinen Bastard den hab ich gerade eben gebraucht fuck Slap bitch Alvaz wie kannst du einstecken mit kleiner Bastard kleiner mieser Bastard Puh alter Falter wie hab ich denn das denn jetzt schwer überlebt nobody knew it but some way somehow i did it so wir gehen mal kurz hier round around ich guck nimm mal alles kurz mit was ich mitnehmen kann gut mehr geht erstmal nicht sei denn ich hab jetzt irgendwo was übersehen hier rein oh shit okay das sieht mir nicht gut aus oh shit oh shit okay 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 let's see what's next ich hab so das gefühl nächste fight steht an ich hab so das gefühl nächste runde steht an ich geh mal nach oben schau mir mal kurz hier um ich hoffe nur den Papa sieht hier noch irgendwas ich hab nochmal meine BFG auch eigentlich gar nichts mehr dafür find ich keine allein Muni Aber nichts Okay, dann Ich muss gerade irgendwie nach oben Von dem Fahrstuhl nach oben Ich habe hier irgendwas gesehen Was habe ich getan, was habe ich getan, was habe ich getan Ich weiß nicht was ich tun soll, ich weiß nicht was ich tun soll Ich werde erstmal hier rein Oh, das Helmzau ist offen, okay Ah hier doch ein Gebers Ich bin dreadful, ich werde confused Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben Ich habe jetzt erwartet, dass ich einen blaues bekomme Was will ich mit einem gelben Ich stelle nochmal hier rein Ach, da geht es weiter Außer Waeday Außer 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 Wie komme ich da jetzt nicht rein What the fuck is going on? Fuck Fuck Ouch, ouch, ouch Super nice Was bewirkt das? Oh, fuck me Okay, ouch Okay, ouch But no Okay, ouch Oh, ouch Oh, ouch Oh, ouch Oh, ouch Ich bin noch hier. Oh fuck me. Oh das ist der im Playground hier. Ich kann hier überhaupt nichts ausrichten im Prinzip. Geil Leute.